Jugendliche, die interessieren sich ja auch für die Technik und wenn ich denen dann die Technik zeige und sie sich daran interessiert, dann kommen die auch. Hier kann ich zum Beispiel auch von oben Vorhang auf, Vorhang zu, Licht an, Licht aus, aber es geht alles vollautomatisch hier. Ich lade jetzt den Film, den wir jetzt gleich gucken und dann drücke ich nur hier auf Beginn, dann geht alles automatisch. Dann geht automatisch das Licht aus, der Ton kommt, der Vorhang geht automatisch auf. Da brauche ich also nichts mehr zu tun. Ich mache nur eine Lampe an und mache den Film auf wieder.